Ich könnte jede Frau haben! Jede Frau könnte ich haben! Aber du Flirt, Ingo, du hast ne Freundin! Ja, die Nicole, die Nicole! Die liebe ich ja sowieso nicht! Und warum sind wir hier zusammen? Ich weiß auch nicht, von mir aus könntest du die auch gerne haben! Weißt du, ich geh Samstag in die Disco! Mach ich nen coolen Spruch, zack hab ich die nächste am Start! Du Flirt, Ingo, ich glaub nicht, dass du mir dabei helfen kannst, Frauen aufzureißen! Thomas, hör mir mal zu! Ich heiß, ich heiß Mike! Thomas, es gibt Tricks, die kann nur der Flirt, Ingo, ja? Das Wichtigste ist, immer einen coolen Spruch auf Lager! Und wenn gar nichts mehr geht, musst du cool für die Frau tanzen, ja? Hier, ich zeig dir, wie das geht! Siehst du die Kleine dahinten? Die mach ich jetzt klar! Du bleibst hier und guckst du, ja? Der Flirt, Ingo, geht los! Oh, mein Handy geht! Ah, hallo Schatz, was ist los? Weh, du machst Schluss, ich bin doch grad so horny, du kannst nicht Schluss machen! Schatz, was? Ja, okay, Schatz, schade! Oh, meine Freundin hat gerade Schluss gemacht! Dabei bin ich doch grad noch so horny, wenn jetzt bloß eine geile Tusse in der Nähe wär! Hey, was ist los? Ich bin doch Flirt, Ingo, was ist los? Wo ist dein Freund? Bist du mit deinem Freund hier? Wo ist dein Freund? Ich warte mal auf ne Freundin! Auf ne Freundin, der flirrt Ingo und zwei Frauen im Wald, was kann man da bloß machen? Sorry, wenn beide Freunde mit so ne Anmache kommt man kein Stück weiter! Hey, ich guck mal auf meine magische Uhr, wie spät es ist! Sie verrät mir, du hast keine Unterwäsche an! Wie, du hast doch Unterwäsche an? Dann geht meine Zeit wohl eine Stunde vor! Bist du Facebook? Bist du Facebook? Bist du Facebook? Ja, ich bin bei Facebook! Alles klar, sie ist Facebook! Gucken wir gleich mal nach! Oh mein Gott, du bist der peinlichste kinderste Typ, der mir hier untergekommen ist! Hau ab oder ich ruf gleich die Polizei! Wow, das ähm, das war schon eindeutig jetzt ähm. Naja, ich würd mir halt wünschen, dass du das das nächste Mal ein bisschen netter und freundlicher verpacken würdest. Oh, okay, tut mir leid, aber es war halt gar nicht so gemeint, aber ich hab halt nen Freund und du bist so absolut gar nicht mein Typ! Ist okay, dann... man sieht sich, okay? Ich wusste, dass du mich noch mal an der Stelle begrüßt heute! Scheiße, schon wieder hab ich gewöhnt! Ey, Thomas! Thomas, die war sowieso voll scheiße! Ey, Thomas! Wo hast du die denn her? Ich bin doch viel geiler! Ey, Thomas! Ey, Scheiße! Oh, meine Eier! Voll auf die Eier gehauen! Ich fähr auf und du stimmst! Ich habe so lange Eier! Ich habe so lange Eier! Die hängen mir hier links und gleich in den Hosen runter! Ich habe so lange Eier geガt! Ich habe so lange Eier gegeben! Untertitelung des ZDF, 2020